Hey Leute, was geht? Ich bin's, Timmy, Freunde, und schaut noch, wo wir sind. Wir sind hier bei unserem Alpha-Turm, unserem Timmy-Turm. Der sieht richtig krass aus und es gibt noch weitere Türme. Eine schlechte Nachricht gibt es aber, Freunde. Und zwar seht ihr schon, ähm, hier wurde Alpha-Stein sein Turm komplett hochgenommen. Ich weiß nicht, wer das war. Ich glaub, das war Army oder Vive. Einer von beiden. Und Max sein Turm. Max sein Turm wurde auch ein bisschen gesprengt da unten, Freunde. Seht ihr auch schon. Also die Alpha-Cities, Freunde, sag ich euch ehrlich, werden immer wieder angegriffen. Und immer wieder sind wir anscheinend schuld, obwohl hier dann unsere Stadt die ganze Zeit angegriffen wird. Was macht das für einen Sinn, Freunde? Das geht doch eigentlich gar nicht, oder? Was sagt die dazu? Aber wisst ihr was? Heute ist der große Tag. Heute werde ich meinen eigenen Turm renovieren. So ein Ding wird das, Freunde. Und zwar werde ich einen riesen schönen Alpha-Turm. Den werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen upgraden. Ich werde Fenster reinmachen. Vielleicht werde ich meine eigene Bude wieder reinmachen. So meine eigene vier Wände. Weil aktuell habe ich nicht mal ein Haus. Und naja, eine kaputte Yacht ist auch nicht gerade das Beste. Wisst ihr, wir haben die ganze Zeit viele Sachen gesprengt. Aber ich habe auch gelesen, Freunde, ihr habt euch richtig viele Sachen gewünscht, dass ich mir wieder verbauen soll. Und diese Bausachen kommen anscheinend richtig gut an bei euch. Deswegen, hier gibt es auf jeden Fall einiges zu tun. Banks sein Tower. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, Freunde. Banks hat ja einfach so eine Rakete gemacht. So eine Kanone oder so. Und die hat hier alles in die Luft gejagt, ey. Aber jetzt brauche ich erst mal einen Mitarbeiter. Oh, da ist noch ein Lava. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Hallo, ist hier jemand? Ich bin ein Kunde. Hey, Blackjack, mein bester Freund. Wie geht es dir, Blackjack? Ich bin meinen scheiß Bogen runter. Hey, alles gut, Blackjack. Sag mal, bist du noch bei der Candy Bauschick GmbH? Ja, ist ja mit meiner Firma, ne? Ah, ja, wo ihr mich abgezogen habt. Naja, ist auch egal, Blackjack. Ich habe einen Auftrag für die, naja, wir nennen es einfach Blackjack-Firma, weil Candy ist ja eh nicht mehr hier. Und zwar brauche ich für meinen Turm ein richtig krasses Interieur. Mit so coolen, naja, Betten. Ich brauche einen Schlafraum, eine Dusche. Wie bei mir in der Yacht, weißt du? Und ich wollte fragen, beziehungsweise ich zwinge dich einfach dazu, dass du mit mir das machst. Hey, Blackjack, du weißt, ich bezahle gut. Ja, und du denkst jetzt nach gestern und so, mache ich das oder was? Das, ja, davon gehe ich aus, weil eure Firma hat für alle gebaut. Für die Netherite Guards, für die Team Gut, für alle. Also warum baut ihr auch nicht für mich, hä? Ähm, warte mal, du hast mich angegriffen gestern. Nein, das ist doch egal, das hat doch damit nichts zu tun, Blackjack. Hä? Guck mal, entweder gebe ich dir... Nein, Blackjack, entweder gebe ich dir Dias, dass sie zusammen arbeiten und eine coole Zeit haben, oder du kriegst einen Pfeil im Kopf. Warte mal, ein Stack Dias, zwei Stack Dias, nochmal neun Dias. Ja, ich habe mehr, ich habe nämlich Dias in vier Blöcken, ja. Ja, ich habe Block Dias, so ein Ding ist das. Also, Blackjack, komm, ein neues Abenteuer beginnt. Ich habe doch schon alles von dir. Und das wäre... Ich habe sogar dein Kopf. Wow, weißt du, was ich habe? Ich schieße auf deinen Kopf. Ey, Blackjack, bleib stehen, Junge, los. Bleib stehen, Junge. Stehen geblieben. So, jetzt kommst du aber mit, oder? Kommst du jetzt mit? Hallo, Blackjack. Okay, Timmy, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, Timmy. Ja. Wir machen das so. Mhm. Ja, wie machen wir das? Diese Bieferei zwischen uns. Ja. Die können wir sein lassen. Ja. Die können wir sein lassen. Ja, das hört sich gut an. Ja, das können wir machen. Also, versprochen? Wirklich? Ja, ähm... Und jetzt mal eine andere Frage. Warum hast du denn Goldapfel gegessen? Ja, ich habe den Goldapfel gegessen, weil man weiß ja nie, weil dir am Ende ziehst du nochmal drauf oder so. Ich habe ja immer Goldäpfel dabei. Also gut, Blackjack, wir machen das. Du und ich, wir bauen den Turm. Wir lassen mal die Streitigkeiten beiseite. Und wir machen das Beste draus, okay? Ich gebe dir auch schon mal eine Bezahlung. Warte. Ja, alles gut. Er kriegt da seine Bezahlung jetzt schon mal. Gebt mir einfach nur, dass es gut wird und dann passt es. Also, äh, willst du keine Dias haben? Wenn du mir versprichst, dass diese komische Sprengerei bei mir und der Beef aufhört, ja. Ja, okay, gut. Dann gibt es eben keine Dias. Alles klar, dann machen wir das so. Okay. Dann komm mal mit, Blackjack. Äh, ich glaube, du brauchst auf jeden Fall einiges an Baumaterial. Wir müssen, glaube ich, mit Stein arbeiten. Hast du vielleicht eine... Wo ist eigentlich meine Schalkerkiste hin? Kann ich mir eine Schalkerkiste ausleihen oder so hier? Äh... Gibt es hier noch eine? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Nee. Wenn ich kümmere, die bei mir holen. Okay. Die müssen wir vollpacken mit Steine und wir brauchen vielleicht Möbel oder so. Ähm... Und, äh... Quarz. Quarz wäre auch cool. Ich würde das mit Quarz und mit Stein machen. Genau. Hä? Ja, wir haben hier noch... Wer pfeift hier? Hast du das? Nein. Wer ist denn hier? Loser-Clan. Hä, wer ist das? Hallo? Loser-Clan. Ey, Bro, wer tut denn jetzt hier schon... Bro, das ist eine Falle von dir, Blackjack. Sei ehrlich. Ich hab doch gar nichts gemacht. Bro, wer schreibt hier die ganze Zeit Loser-Clan? Hallo? Was ist das hier? Loser-Clan. Ey, zeig dich, du Feigling. Hä? Ah, nur am Wegfliegen, ey. Das Einzige, was ihr könnt. Wo ist der? Wo ist der? Wie? Warum sind die kaputt, Blackjack? Das weiß ich doch nicht, Mann. Das war bestimmt wieder der Himmelskrieger oder so. Oder der Lotus-Loser-Clan. Oder... Der schaut aus wie Schweizer Käse. Oder du warst das. Der schaut aus wie Schweizer Käse. Warst du das, Blackjack? Ey, ey, ey! Ist dabei. Ja, gut, dann fangen wir jetzt an, Junge. So, warte. Wie ist denn deiner? Das ist mal da, wo du stehst. Meiner. Das ist hier Meiner, ja. Und der ist noch... Nein, der ist ganz eigentlich. Also, der sollte zumindest ganz sein. Und, ähm... Hey, wen gehört hier wen eigentlich? Hä? Naja, also der kaputte hier, das Eifersteinsiner. Da. Der daneben, wo so eine Brücke daneben ist. Da hinten, das ist Banksiner. Der hatte da heute eine Explosion. Das ist Acrymix-Seiner da. Äh... Das da hinten ist... Äh... Wem sein ist denn das? Der schaut aus wie der Mazebang-Tower so ein bisschen. Ich glaube, das ist Russix-Seiner. Da bin ich mir nicht so ganz sicher da hinten. Und das da ist Loft-Designer. Oder Odeman. Ne, Odeman wird erst noch gebaut. Stimmt. Ja. Pass auf, was... Das komische Ding da unten soll im Turm sein, der wird Loft-Designer. Wird noch was richtig Krasses gebaut. Pass mal auf. Wir bauen jetzt hier das weg. Pass auf. Da ist Lava. So. Das ist auch gut, dass hier Obsidian ist, ne? Das sieht richtig cool aus. Boah. Ey, wir könnten theoretisch... Hast du Glas dabei, Blackjack? Ne, das hast du nicht gesagt. Ja, aber wir könnten theoretisch die Lava und drüber Glas machen. Dann kann man da so rumlaufen, weißt du? Dann wäre das die erste Etage. Das wäre eigentlich schon nice, oder? Also, ich würde es gut finden. Ja, warte. Ich glaube, da... Aber es wird halt schwierig da irgendwie... Wie willst du da runterkommen? Na hier. Warte. Okay, wir müssen auf jeden Fall Glas holen, Blackjack. Das könnte unnormal heftig aussehen. In der Mitte haben wir dann so eine Säule, weißt du? Vielleicht kann man so eine Treppe nach oben machen oder so. Ich weiß noch nicht genau. Fall auf jeden Fall nicht da rein. Wie willst du mit einer Säule eine Treppe nach oben machen? Ja, so an der Seite, so. So eine Pendeltreppe halt. Ja, aber das ist doch Lava. Das ist doch viel zu eng hier. Ne, aber nicht ab hier. Wir machen hier Glas hin, so. Und dann kann man da oben an das Deck hingehen, weißt du? Okay, pass auf. Ich hole noch mal Glas schnell. Ja, alles klar. Ich werde mal die Steintreppe machen. So, Freunde. Ich habe schon mal den Weg nach oben fertig gebaut. Das sieht echt richtig gut aus. Und mir gefällt das richtig gut mit den ganzen Steinen. Und zwar, wenn ich jetzt hier so runterlaufe, dann sieht man hier, zack, hat man hier so eine Treppe. Und hier unten kommt man dann schon zur ersten Etage. Und das hier wird alles voller Glas sein. Das wird jetzt nicht die heftigste Etage, aber man kann hier schon ein bisschen schön. Das ist eigentlich ganz cool. Da hinten kommt auch Blackjack, glaube ich, schon wieder. Der müsste auch schon Glas dabei haben. Und dann schauen wir mal, wo das Glas hin tun. Blackjack! Ich fliege mal kurz weg und zeige euch mal, wie der Turm jetzt aussieht mit Plattformen. Ob das auch gut aussieht? Ja. Ja, ich weiß nicht. Oder wir machen das Ganze rund. Und jetzt könnte man ja eigentlich hier so eine Art Pavillon machen, weißt du? Wie meinst du mit einer Art Pavillon? Guck mal, wir machen hier drei, ja. Dann gehen wir in die Mitte. Okay, Freunde. Bestimmt wundert ihr euch jetzt, wie könnte jetzt sein Tower aussehen? Ich bin ja auch gerade bei Banks, sein Tower. Ich habe hier ein bisschen Obsidian genommen. Man kann das ja easy mit Cubgestone wieder ersetzen. Und, Freunde, ich werde euch jetzt mal meinen neuen Tower zeigen. In 3, 2, 1. Da ist er auch schon. Seht ihr auch schon, was wir da gemacht haben? Das sieht eigentlich ganz cool aus. Wir haben da oben so ein bisschen ein Penthouse gemacht. Da kann man immer mit Elytra hinfliegen. Das sieht eigentlich echt ganz gut aus. Ich werde mal schauen, was Blackjack da macht. Sehr gut. Oha. Ich habe ja auch noch viel Obsidian. Ich habe zehn Stück jetzt. Äh, vielleicht können wir noch irgendwas anderes verschönern. Das sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Man kann hier so hochgehen. Hier kann man hochgehen. Zack, zack, zack. Oha, du hast doch hier über See-Laternen gemacht. Ja, das sind X-Bond und so. Ja, Beleuchtung ist auf jeden Fall da. Das ist cool. Das ist nice. Okay. Eigentlich ist das echt ein schönes Penthouse. Vielleicht kannst du hier noch See-Laternen machen. Kann man den nicht machen. Vielleicht noch einen zweiten Raum zu machen. Aber da brauchen wir wieder viel Obsidian. Dass wir einen Raum machen mit doppeltwandig. Doppelt Obsidian? Ja, natürlich. Das ist ein Schutzraum. Da kann ich gesprengt werden dann. Okay. Ja, könnte man machen. Da müssen wir uns aber irgendwie nach unten bauen. Das heißt, ich muss hier irgendwie runterkommen. Am besten machen wir... Wo kann man sich denn hier runterbauen? Vielleicht hier so. Weißt du, dass man hier so runtergehen kann. Hier können wir den Dings hin machen. Hier machen wir den Raum hin. Das heißt, wir haben jetzt hier schon den nächsten Raum. Wie cool ist das denn? Und hier würde ich die Labe lassen an der Seite. Weißt du? Okay, wir haben da oben unsere Zentrale. Und hier ist dann unser Geheimraum. Aber okay, geheim ist der nicht. Aber unser Bunker ist für Notfälle, weißt du? Und dann hier direkt runter. Zack, zack, zack. Und hier ist dann so gesehen der Geheimraum. Wir haben jetzt eigentlich... Guck mal, wir haben drei Etagen. Das ist die obere Etage. Hier kann man so landen und kann den Überblick haben. Wenn zum Beispiel Acrimix angegriffen wird. Rustig, Eiferstein oder sonst wer. Dann geht man runter. Hat hier so Belichtung. Hat man hier so Belichtung. Das ist auch ganz cool. Genau, man kann hier losfliegen. Ja, ja, ja. Das ist nice. Okay. Und hier ist dann so gesehen noch ein extra Raum. Vielleicht mache ich hier mal ein Equipment rein oder so mit ein paar Kisten. Und da kommt... Da kann man vielleicht noch ein schönes Design machen. Da werde ich mir über die Tage Gedanken machen. Die Frage ist nur, wie es hier weitergehen soll. Weißt du? Ey, ich bin echt gespannt. Wir werden jetzt mal von weitem weg hinfliegen. Zu den Alphacity. Okay, hier ist Love Designer. Der kommt als erstes. Und dann sieht man hier oben... Boah. Da sieht man schon, dass ich da auf jeden Fall was krasses gebaut habe. Ja. Das ist nicht schlecht. Das sieht ein bisschen aus. Naja, wie sieht das aus? Das sieht echt cool aus eigentlich. Das Glas sieht ein bisschen aus wie eine Bienenwabe. Freunde, schreibt das mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Also, ich finde den Tower eigentlich ganz nice. Hier mal zum Blackjack. Das untere meine ich, wenn du das auch mit Obsidian machen möchtest. Unten meinst du? Was willst du hier mit Obsidian machen? Nein, das hier meine ich. Das hier meine ich. Welches? Der ist da. Achso, nee. Ich würde das so lassen. Okay, wie du willst. Das ist doch so eine Stütze hier, weißt du? Wir können... Wie viel haben wir noch? 15, ne? Ja. Pass auf, da machen wir... Hier drumherum machen wir Obsidian. Ich mache dir das weg, dann kannst du das da hin machen. Ja, doch. So sieht es eigentlich ganz gut aus, Blackjack. Ja. So kann man die Base eigentlich lassen. Gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Also, Timmy, was sagst du? Ja, mir gefällt das ziemlich gut. Alles gut, Blackjack. Da hast du eigentlich mal gute Arbeit gemacht. Vielleicht nicht, eigentlich mal. Ja, willst du jetzt zum Alpha-Clang kommen oder nicht? Was sagst du? Nein. Wie, warum nicht? Wir haben extra zusammen gebaut. Das hat doch bewiesen, dass wir zusammen gut sind. Ja, Timmy. Ja? Aber jetzt überleg mal. Hä? Wenn das Ganze vorbei ist, dann sind die ganzen Clans eh wieder sinnlos. Ja, aber Alpha City wird immer bestehen bleiben. Haha. Das wird hier für immer eine Ewigkeitsstätte, Blackjack. Na ja, Timmy, jetzt sind wir mal ehrlich. Guck mal, das da drüben schaut schon aus wie Schweizer Kino. Na und? Das ist egal. Hier ist es komplett kaputt. Aber meins nicht. Ich weiß ja nicht. Oh, Entschuldigung. Blackjack. Oh oh. Äh, alles gut bei dir? Ja, alles gut. He, 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 he. Super. Oha, ich hab dir so ein... Das war ein 360. Das war ein 360. Tschüss. Da muss man echt aufpassen, woher der Pfeil geht. Guck mal. Bam. Und bam. Warte. Bist eine Maschine. Ja. Na klar bin ich eine Maschine. Warte. Timmy. Oh mein Gott. Ey, tut mir leid, Blackjack. Blackjack, Tötigung. Timmy. Ja. Du machst das doch gerade mit Absicht, oder? Nein, niemals. Ich wollte dir nur meine Künste zeigen, was ich kann. Das sieht voll gut aus. Zeig dir gleich nur meine Künste. Hä, was willst du mir für Künste zeigen, Blackjack? Künste. Boah, richtig kurz. Oh, Entschuldigung, Blackjack. Ey, da bist du ja wieder, Blackjack. Naja. Wie geht's dir? Ich hab gerade eben fast vergessen, mit der Elytra zu fliegen. Achso, ey. Du Ekliger. Ja, wir werden noch sehen, Blackjack. Wir werden noch sehen. Aber ich muss sagen, fairerweise, Blackjack hat einen guten Job gemacht. Also, ich werde ihn jetzt nicht killen oder so. Keine Sorge. Er soll auf jeden Fall nur merken, dass da Alpha Clan ein stabiler Clan ist. Boah, hier ist ja noch so viel Obsidian, ne? Ich weiß nur nicht, ob wir da unten diese Plattform noch lassen sollen. Aber wir können das erstmal lassen. Blackjack! Pass auf, du hast gute Arbeit geleistet, Blackjack. Ich bin stolz auf dich. Was für Verschwinde von meinem Haus? Verschwinde von meinem, äh, Grundstück. Ja, genau. Warum? Weil das Alpha Clan Territorium ist. Dein Bauauftrag hast du gemacht. Ich bin stolz auf dich. Hast du gut gemacht. Aber ab jetzt gehen wir getrennte Wege, Blackjack. Wie jetzt? Ab jetzt gehen wir getrennte Wege? Hast du mir vorhin gesagt, äh, dann ist alles gut? Ja, ist auch alles gut. Alles gut, Blackjack. Aber du, du, du schießt immer gegen den Eiferstein. Du sagst Schweizer Käse und so. Machst den Alpha Clan schlecht. Guck doch mal da drüben. Ja, anstatt zu reparieren. Weißt du? Oh, was für Ruine, hä? Was redest du mit Ruine, Junge? Hör auf jetzt, Blackjack. Lass das gut sein, Blackjack. Hau ab hier. Oh, oh. Ich glaube, Blackjack ist ein bisschen sauer jetzt. Warte. Timmy, ey. Was denn? Was willst du, Blackjack? Hau ab, Mann. Verschwinde von meinem Turm. Okay, das Üben. Timmy, wie wäre es, wenn ich jetzt einfach meinen Tower daraus mache? Wenn du deinen Tower daraus machst, dann gibt es Ärger. Und ich glaube, den Ärger willst du nicht. Wir können das den ganzen Tag machen, hä? Ja. Ja, komm doch her, Blackjack. Oh, fast getroffen. Ey, nein. Du Ekliger. Ja. Let's go. Hau ab, Blackjack. Das ist mein Turm. Verschwinde, ey. Verschwinde von meinem Turm, Mann. Mir reicht es jetzt langsam. Der Eklige soll abhauen, ey. Guck mal, wie er sich extra nach oben dahin tut. Verschwinde jetzt, Blackjack. Hau ab. Jawohl. Für den Alpha-Clan. Haha. Oh mein Gott. Ja, gut Timmy, ich merke mir das. Ja? Hä? Was willst du jetzt? Oh, oh. Ich glaube, jetzt haben wir ein richtiges Problem. Weil unten ist nämlich jetzt, glaube ich, alles aus. Nee. Nee, okay. Da hast du mal Glück gehabt, ey. Hätte sein können, dass hier ein Aquarium draus wird, Mann. Hau jetzt ab, Blackjack, Mann. Verzieh dich. Tschüss. Ja, ich merke es mir, Timmy. Ja, merkt ihr das? Ich merke mir auch einiges. Hau rein jetzt, Junge. Das ist mein Tower hier. Yippie. Freunde, ich würde sagen, das ist mein neues Zuhause. Der neue Alpha-Tower von Timmy. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr den findet. Und ja, ihr könnt ja auch ein bisschen lieber bei Blackjack da lassen. Er hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Doch ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video, wenn es wieder heißt, Timmy im Alpha-Clan. Und mir geht es super, Freunde. Tschüss.